Ok, erstmal weg, Ohngellauf lassen! Oh nein, ich muss hier rein! Okay, ich kann den eigentlich nicht bekommen! Oh nein! Nein, 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 nein! Nein, lass mich! Nein, nein, nein! Oh! Weg hier! Hallo Leute, und willkommen zu einem Paar Runden Minecraft Endergames auf dem gommaht.net-server. Ich will natürlich wieder ein zufälliges Kid aus, wie ich das ja immer mache, bis ich alle Kids habe. Oh, wir sind Delfin. Kein bisschen Wasser. Shit. Oh nein, da hatten wir jetzt ja doch hier drüben. Okay, da hatten wir doch ein bisschen Glück. Naja, gut, immerhin. Okay, was kann der Delfin? Ich erkläre es mal ein bisschen kurz. Er kann im Wasser doppelt springen und bekommt Fische die ganze Zeit. Ich glaube, das war es auch schon. Also er hatte früher noch unter Wasseratmung. Die hat er jetzt aber nicht mehr. Ja, okay. Ja, das war mal nur eine Zeit lang so. Jetzt wurde er halt auch ein bisschen genervt. Genau. Falls sich jemand fragt, was das für ein Texture Pack ist, das ist das Rotschlag PvP Pack. Der Link dazu ist auch nochmal in der Beschreibung auf jeden Fall, weil ich würde es natürlich reinpacken, wie immer. Das ist aber also meine Edit. Ich habe ein bisschen was geändert, also ich kann es Ihnen mal kurz zeigen. Hier, das ist meine Edit. Also es sieht normalerweise so aus. Wo habe ich es? Hier. Das da. Das ist das Normale. Und ich habe es halt noch ein bisschen geändert. Ich habe auch die Farbe geändert. Ja, genau. Und, ähm, ups. Jo. Alles klar. Dann konzentrieren Sie sich mal auf die Runde und packen uns mal ein Schwert. Ja, genau. Also ich habe nur... Ja, ne. Ich habe jetzt keinen Effekt. Also nur noch hier habe ich... Guck, bekomme ich dann Fische? Ja, ne. Keine Unterwasseratmung mehr. Sieht man ja. War früher. Ich müsste jetzt langsam mal irgendeinen Fisch bekommen. Ja, der lässt auf sich warten. Okay. Ne, also auf jeden Fall kann man da halt ein Doppelspringer. Haben wir ja gerade gesehen. Also habe ich einen Fisch. Ja. Gut, dann mache ich mir jetzt mal ein Holzschwert. Immerhin. Oh. So. Ich habe auch von Ewigkeiten kein Minecraft mehr gespielt. Also ist jetzt... Die zweite Runde ist halt... Eine Woche. Oder so vielleicht. Also ist krass. Ich habe die ganze Zeit eigentlich was anderes. So, ich mache das mal so. Ja, gut. Komm, lassen wir das so. Machen wir die Rot auf die Neun wie immer. Gut, dann gehen wir schon mal auf den Spieler drauf. Ich meine, mein Holzschwert ist. Kann sich ja sehen lassen. Eigentlich nicht, aber wir probieren es einfach mal. Schlechteste Schwert in Minecraft. Aber naja, es sollte schon irgendwie... Sollten wir den schon bekommen. Denke ich jetzt mal. Okay, wir haben aber auch 5 Dias. Mach ich mir schnell ein Dias. Ich komme, ich mache mir schnell ein Diaschwert. Wenn ich jetzt nicht geportet werde. Gut. Jo. Genau. Dann, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ich spiele ja immer mit Random Kids, bis ich alle Kids habe. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade in dieser Runde schon gesagt habe. Das ist jetzt nicht meine erste. Meine erste Aufnahme. Versuchst du nicht, wie gesagt, der zweite. Ah, ich erzähle jetzt mal Wasser. Okay. Genau, und deswegen... Äh. Ja. Ich spiele jetzt erstmal Random Kids, bis ich alle Kids habe. Und dann möchte ich so eine kleine Ender Games Serie starten. Habe ich ja auch schon mal gesagt, glaube ich. Okay, da ist richtig gut das Equip. Oh, ist der High oder? Oh, Alter. Wie der einen mit dem Bogen trifft. Komm, stirb. Was ist jetzt kurz gelegt? Okay, ich sollte mal ganz kurz weg. Oh. Okay, da zahlt sich der Film wirklich aus. Oh. Okay. Alles klar. Alles in Ordnung. Ein Herz reicht. Reicht ein Herz. Kein Problem. Okay. War schon mal spannend. War schon mal spannend. Ich finde das Wasser sieht total cool in dem Pack. Irgendwie, das sieht richtig cool aus. Richtig nice. Also es ist so eine Mischung zwischen irgendwie allen Texture Packs. Es ist wirklich, also viel ändert an Crafting-Former, wenn ihr das kennt. Da habe ich ja auch schon mal mitgespielt. Also viel ist da vom Crafting-Farber auch übernommen worden quasi. Aber auch ein bisschen was eigenbestimmt. Okay. So mache ich das. Ja, die Schwerte habe ich übrigens auch noch geändert. Also ich habe so ein paar Sachen halt geändert. Gut. Wir recken jetzt auch langsam wieder. Ah, rüstungstechnisch sind wir echt nicht gut dabei. Aber wir können es ja irgendwie mal versuchen, wenn jemand so... Ah, hier die Barbarenrüstung habe ich jetzt ja offenbar auch nicht aufgesammelt. Schade. Oh, das war Skype. Tut mir leid. Ich habe jetzt nicht geschlossen. Oh. Kleiner Essens-Bug. Ich bin jetzt ja auch gerade ein bisschen näher am Mikrofon dran, weil ich habe gedacht, ich probiere das mal aus, weil ich glaube, das klingt ein bisschen besser und rauscht nicht so schlimm wie schon mal so in den anderen Videos, so zum Beispiel Rage-Mode oder was, wo es mir extrem aufgefallen ist. Das ist halt, ähm... The Haunted, wenn ich das gesehen habe. Da hat es richtig krass gerollt, glaube ich. Ich meine, ich kann das halt auch nicht ändern oder so. Es ist halt einfach so. Ich weiß auch nicht, warum oder woran das liegt. Ich bin jetzt einfach mal ein bisschen näher herangegangen und hoffe, dass es dann dadurch besser wird. Okay, den haben wir. Aber jetzt auch... Oh, na gut, das Schwert brauche ich auch nicht, oder? Oh, ich habe es einfach mal aufgesammelt. Jawohl, ich habe alles bekommen. So. Ähm, die hatte Dia-Schuhe. Das kann ich mal weglegen. Das auch. Und Goldhelm. Kann ich auch mal anziehen. So. Alles klar. So. Wow, ich habe gerade eben gesagt gelaggt. Also, ich habe die Brust nicht gesehen, dass hier rausgefallen ist. Deswegen dachte ich, ich habe gerade einen Disconnect oder so. Habe ich aber offenbar nicht. Ähm, machen wir mal zusammen hier. Doch irgendwas? Können wir uns irgendwas noch machen? Ich glaube nicht. Da bauen wir mal die... Crafting Bench, Work Bench ab. Ja, es leben jetzt noch vier Leute mit mir. Okay, sechs Eisen. Wir bräuchten noch... Wenn wir noch ein Eisen haben, würde ich sagen, machen wir... Ähm... Ach, Moment. Ja, so. So, nicht als ich angeschrieben werde. So, jetzt machen wir uns erstmal, würde ich sagen, eine... Ähm... Rose. Okay. Der Chat. Also, grüße an dich, wenn du das jetzt hier gerade siehst, siehst du ja wahrscheinlich. Also, grüße an dich auf jeden Fall. Ach, was ist jetzt los? Diese Essensbaden habe ich total oft in letzter Zeit. Ja, das ist übrigens... Lukas, also... Logan HD, mit dem ich schon ganz oft aufgenommen habe. So Bad Wars und so, also... Das solltet ihr ja, denke ich, schon kennen. Ich weiß nicht, ob... Ob wir eigentlich schon mal Minecraft oder so aufgenommen, sozusagen. Äh... Ich meine, also, dass er auch mitgespielt hat. Ich glaube nämlich nicht. Oder? Ich... Ich war... Ich... Warte, Moment. Hm. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also, das ist Lukas, wie gesagt. Den kennt ihr ja, denke ich auch. Schon. Gut. Dann. Ah, hier ist noch eine... Ah ja, schärfer. Und... Jawohl. Sehr gut. Ja, Rüstung ist... Ja, so in Ordnung. Aber was ist denn der Delfin? Ich... Ich habe gar nicht... drauf geachtet. So, come on. Ich gehe jetzt mal auf den nächsten auf jeden Fall mal drauf. Was? Okay, ich bin gerade total erschrocken, einfach. Ähm. Komm schon. Okay, was? Oh ja. Hä, ist da gerade für mich auswiegen? Wie so ein rohes Schweinefleisch im Augenwinkel? Ich weiß nicht, warum. Das sah einfach für mich so aus. Nein, der ist Känguru, glaube ich. Oh, nee. Oh, oh. Das wird jetzt ganz hart. Okay, ich muss ins Wasser. Ding, nee. Moment, der ist doch auch Känguru. Wie soll ich das jetzt machen? Okay, hier ist Wasser. Hier ist ein kleiner... Kleiner Wassertümpel wenigstens. Okay, erst mal weg. Oh nein, ich muss, ich muss hier rein. Oh. Okay, ich kann den, ich kann den eigentlich nicht bekommen. Oh, nein. Nein, 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 nein. Nein! Lass mich! Nein, 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 nein. Oh! Weg hier! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wasser! Wasser! Oh! Oh Gott, Leute, wie spannend ist denn das gerade hier? Tut mir leid, aber... Also... Oh! Oh Gott! Oh Gott! Wir sind entflohen! Oh je! Oh Gott, Alter, das ist ja nicht zu glauben! Was? Wir haben es tatsächlich geschafft! Oh Gott! Nein, was mache ich denn? Der Reckgef... Komm, mit dem Recktrank oder so ein Goldabschluss oder irgendwas. Was? Nein! Komm schon! Oh Gott, wir leben... Auf... Mit dem Riesen-Dia-Equip. Oh, hat uns Equip liegen lassen. Wahrscheinlich ungewollt, aber trotzdem. Ich nehme es natürlich gerne. Komm, irgendwas Schönes. Komm schon, bitte! Ich weiß nicht, wenn man... Ne Hose... Äh... Was? Ne, hab ich ja schon. Was fehlt mir noch? Ein Helm. Ist das schon... Ja, gut, dann lasse ich den Rolltail, Mann. Ich meine, das ist ja eh gleich viel. Und... Ja, dann lasse ich den... Helm, Mann. Gut, haben wir... Ah, doch, wir haben Dia. Deswegen, ich hatte irgendwo, hey, ich wollte mir gerade eine Hose aus dir machen. Nachher war ich aber irgendwie geschockt, weil ich den nicht mehr gesehen habe. Haben wir einen Apfel? Bitte sagt, dass wir einen Apfel haben. Wir haben keinen Apfel. Das kann jetzt nicht wahr sein. Ich wollte mir noch einen Goldapfel machen. Ach, wie soll... Wie soll ich denn den jetzt bekommen? Ich... Ich konnte näher. Ich hau mir mal einen Trank rein. Dann noch ein Wasser, ne? Oh, hey, Leute. Ich weiß nicht, wie wir den jetzt bekommen sollen. Der hat so gutes Equip. Wenn wir jetzt einen direkt dran kommen, dann haben wir vielleicht eine Chance. Aber wenn wir jetzt keinen haben, so wie es im Moment aussieht, dann... wird es hart, wird es richtig hart sogar. Aber ich... werde es probieren müssen. Ich meine, der ist auch Känguru, da hat er auch nochmal einen Riesenvorteil. Weil ein Känguru ist natürlich viel stärker als ein Delfin am Land. Naja, gut. Was machen wir denn? Sollen wir jetzt einfach mal drauf? Okay, er schießt schon. Okay, hier ist Wasser. Ich gehe jetzt mal in mein Wassergebiet hier. Oh, okay, er hat mich getroffen. Ich weiß... Ich habe irgendwie gerade ein bisschen Respekt vor dem Typ. Was? Von dem Typ ist es... Wackte gerade, glaube ich, ein bisschen. Ja, Equiptechnik ist halt auch schon krass. Na, was ist denn das? Oh, jawohl. Okay, die waren wichtig. Die waren richtig wichtig. Okay. Der ist halt auch... Alter, wie trifft der mit dem Bogen? Ist er voll? Nee. Er trifft aber auf jeden Fall besser als ich mit dem Bogen. Oh, ich muss ja mal rein wieder. Das war knapp. Was? Das ist doch wieder mal nicht wahr. Ah, jetzt, oder? Ich habe mich selber gerade aus, aber mit dem Bogen. Er schießt. Aber er trifft eigentlich... Er trifft nicht schlecht mit mir. Morgens muss man ihm lassen. Ich wollte auch nicht an Land. Zack. Zack. Ich habe einfach viel zu wenige Herzen, weil er mich so gut mit dem Bogen getroffen hat. Dann hat er auf jeden Fall einen Power-1-Bogen weg. Ach, man. Also, wenn ich einen Dreckdrang hätte, würde ich es glaube, ich auf jeden Fall probieren. Hier ist auch das andere Ende. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal drauf. Hier ist noch eine Kiste, aber wenn da ist es nicht, egal. Ich gehe jetzt einfach so oder so drauf. Ja, da war jetzt auch nicht so Bombenkram drin. Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich glaube, ich will es schaffen, aber ich probiere es. Ich probiere es. Wo ist er? Da oben. Da soll ich doch die Kiste noch looten. Ich kann nicht irgendwie mit dem Feuerzeug oder so. Aber ich meine, bei so einer guten Rüstung bringt es auch nicht viel. Aber wäre halt wenigstens nicht Känguru oder so. Okay, ich habe keine Falle mehr. Mist, Mist, Mist. Was mache ich denn jetzt? Ich würde da jetzt schon drauf gehen, aber... Will er ja drauf gehen? Ach, komm, ich gehe jetzt einfach drauf. Ich meine, was habe ich denn zu verlieren außer mein Leben? Was ist denn was? Ich habe ja keine Pfeile mehr und so. Oh. Der trifft mich besser auf jeden Fall. Oh, der trifft mich wieder ein bisschen besser. Aber... Was? Wir haben es geschafft? Oh! Oh Gott! Moment. Moment. Wir haben ihn gerade ernsthaft bekommen. Ich war mir... Ich war so sicher, dass wir das nicht schaffen. Boah, krass. Heftig. Leute. Ich kann es gerade echt nicht ganz glauben, irgendwie. Ich habe es so abgeschlossen gehabt, dass es nicht mehr lustig, wie ich mich abgeschlossen hatte. Okay. Dann, also, es war eine richtig, richtig coole Runde in der Games. Es hat richtig viel Spaß gemacht, fand ich. Und dann danke nochmal bei euch fürs Zusehen. Und, ähm, ich würde sagen, wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Was ich dann wahrscheinlich auch gleich später noch aufnehmen werde. Mal sehen, was es wird. Ihr könnt euch ja mal überraschen lassen. Ich glaube, es wird das richtig, richtig cooles. Kann auch sein, dass es euch nicht gefällt. Aber ich freue mich mega drauf, das dann später aufzunehmen. Das kam bis jetzt nämlich noch gar nicht auf meinem Kanal. Und, ja, dann danke, wie gesagt, bei euch fürs Zusehen. Und, äh, bis zu einem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020